Du bist also Melanie, sagte Nikolaus. Ich hab dir etwas mitgebracht. Äpfel und Nüsse schüttet er aus seinem Sack. Schokolade, Zimtsterne, Bonbons und eine kleine Puppe mit blondem Haar. Und schon ist er wieder fort, weil er ja noch viele Kinder besuchen muss. Melanie atmet auf. Das bedeutet, dass die Mama und der Papa sie nicht verraten haben. Und das ist ganz toll. Auf Wiedersehen und schlaft recht schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017